um rössent m wie blä stehe ich jetzt nicht müssen verschwenden aber ich habe doch keine gar ist okay alles klar habe ich den gast so ok jetzt mal ach so ich muss den rad das noch mal wechseln ja ich habe alles zurück da war ich jetzt nicht schlau die steuerung aber das verstehe ich manchmal gar nicht rad reden aha ok jetzt habe ich ach da muss ich wechseln zwischen granaten noch mal kleiner mal ach guck mal jetzt verstehe ich das gas ja genau das ist die a skr ist klar ok leute sorry wegen der steuerung aber ich habe wieder mal geht ja nicht gespielt habe ich so vergessen ich muss ein bisschen leise machen ist schon egal so let's go let's rock ähm wir müssen jetzt eigentlich ähm mal schauen ich kann nicht ja ja ich will ja so genau jetzt los jetzt nicht los alter junger mach er jetzt hin holen mach er jetzt hin ich Entrepreneur jetzt hol ich die Gaskraine rein so und dann HÄH NOOIN NOOIN oh alter wa alter oh So. Jetzt muss ich... Müssen sie klappen. Nö. Scheiße. Ja, gut. Trevor. Trevor. Das war es. Sie sind raus. Du liebst sie. Ich liebe sie sehr. Ich habe nur nicht gedacht, dass es... Ich denke, es ist so. Ich meine, ich sage immer, dass... Ich habe sie gesagt, dass sie diesen A.C. verletzt. Was ist passiert? Let's go. Let's do this! Come on! Give me the loop, bro. Ich habe dich able, um einen Minute und eine halbe, bevor die Alarm errichtet hat. 90 Sekunden. All right. Das ist, warum wir dir, was wir tun haben. Ich habe hier eine bestimmte Zeit. Warte mal. Ich muss hier mal kurz Pause machen. Ich habe schon so einen Quatsch hier. Boah. Boah. Not a lot of time left. I'm on at home. Nice work, man. There's a reason you're paid what you're paid. Let's go. Let's go. Schon 2 Millionen. Hey, come on. A minute left. Hey. We hit our target. Let's see how we can go. Es geht eigentlich, glaube ich, gar nicht so mit der Waffe, oder? Das ist ja eigentlich nur zum Sicherheitsglas. Das ist ja eigentlich nur zum Sicherheitsglas. So. Scheiße. Ah. Verdammt. Franklin lose the crew. Ah, verdammt. Ja, ist ja cool. Ist nicht so einfach. Boah. Mann. Hey, das ist doch schon wieder kacke hier. Ich fehle schon wieder. Los, 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 los. Geh meiner. Oh, 4 Millionen habe ich jetzt. Geil. Ich möchte gar nicht mehr auf dem Konto haben. Oh, geil, Alter. Einmal reich zu sein. Alter, die schießen auf mich. Nein! Och, Mann, ooooh! Aua, 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 aua! Ja, sinnlos. Das ist doch sauschwer. Flanking, los, die Crew. Alter. Ich muss da irgendwie besser fahren. Ja, ist ja gut. Let's go. Hm. Ah. Die schießen. Lasst mich in Ruhe. Alter. Alter. Geile Scheiße, geschafft. Hu, ha, wie. Ah, ah. Schneller. Alter, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Ah, au, au, au. Immer krieg ich alles ab. Alter. Alter, Walter. Da rein, da rein, da rein. Da rein. Schicken hier. Geile Scheiße. Do wehAU. Duhu. Da rein. Wo fahren wir lang? Leute, wo fahren wir lang? Wir fahren. Alter! Alter! Oh, das ist auch schwer zu fahren, Leute. Wir bauen hier irgendwo so einen Tunnel. Alter, komm schon. Alter. Wir haben einen Vorteil. Alter. Wie lang, da lang. Ich bin nicht mal da. Alter, ich sage auch nicht, das ist ja eine wahnsinnige Menge. Alter. Ich sehe nichts. Ah, jetzt wieder. Oh, super. Wo fahren wir hin? Dann fahren wir nur lang. Alter. Alter. Das war euch LKW. Boah, das läuft echt. Werde die Cops. Wiedersehen. Tschüss. Oh, nein. Ah, nein. Ja, ja. Oh, keine Scheiße. Hier muss ich auch mal mitspielen. Ich komme an allen Ecken. Ich bin die Carawane. Ich bin die Carawane. Alter. Was ist die hier? Was soll? Alter, weiter. Oh. Ich fahre. Wohin? Ab geht er, Peter. Alter, Alter. Alter, das war geil jetzt. Alter. Übelst viele Cops. Mega viel. Oh, also wenn wir mal Bankraub mal machen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, steck mal tot. Wir sind immer reich. Jetzt können wir ein Polzchen machen. Ernst. Da draten wir noch mehr Leute warten. We were waiting around that wave. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Ha man. Vag an die sich wieder. Ha ha. Woo. We did it. You know what I'm saying? Ho ho. One step closer retirement. geil bester tag er war ja finde ich auch die frau so dabei